Auch die allermeisten Menschen, die hier ankommen, können sehr wohl lesen und schreiben. Also, was uns hier von ganz rechts erzählt wird, wieder einmal alles schmarrn. Die AfD will überhaupt nicht, dass Menschen, die hier leben, Deutsch lernen. Sie will nicht, dass Zugewanderte in den Genuss von Bildung kommen. Sie bestreitet ganz generell, dass Menschen mit Migrationsgeschichte Teil dieser Gesellschaft sind. Sie wollen ja sogar Menschen abschieben, die in der zweiten und dritten Generation hier leben. Wenn ich daran denke, wie sich die Bildungslandschaft verändern würde, wenn die AfD jemals an einer Regierung beteiligt sein würde, läuft es mir kalt den Rücken runter. Danke, dass wir das gemeinsam verhindern werden. Maximilian Krah, das war dieser AfD-Spitzenkandidat mit den besten Beziehungen nach Moskau, sagt, man sollte Migrantinnen vom Schulbesuch durch strengere Normen und Schuluniformen vergennen. Die sächsische AfD will die sogenannte Durchmischung von Schulklassen verhindern, Integration und Inklusion verunmöglichen, Kinder nur in den Herkunftssprachen unterrichten, Kinder mit Behinderung sollen die Regelschule verlassen. Der Verband der Jungen Alternative Berlin entlarvt, was dahinter steckt. Die sagen, dass jeder Mensch die Bildung bekommen soll, welche er benötigt. Ja, Sie haben richtig gehört. Wer dem Menschenbild der AfD nicht entspricht, soll, wenn es nach den extremen Rechten geht, keinerlei Bildung erhalten. Die AfD trägt zwar ständig die krude Forderung vor sich her, dass unsere Schulen von Ideologie befreit werden sollen. Dabei ist sie es, die der Bildungspolitik einen ideologischen Stempel aufdrücken möchte, und zwar einen rechtsextremen, völkischen, faschistischen. Das ist nicht nur undemokratisch und demokratiefeindlich, liebe Kolleginnen, das richtet sich gegen die Menschenwürde. Liebe Kolleginnen, Bildung ist der Schlüssel zu Teilhabe, zu einem selbstbestimmten Leben, zum Verwirklichen von Träumen. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, lesen und schreiben zu lernen, kritisch zu denken, die Welt zu verstehen. Das zu ermöglichen, ist unsere gemeinsame Verantwortung. Vielen Dank.